Jawohl Freunde, es geht weiter mit Skyrim, Helgen Reborn und mit dieser schönen Aufnahme neben Sienna und dem schwulen Falco geht es weiter zur nächsten Aufgabe, die nicht besser hätte aussehen können. Wir müssen oder dürfen besser gesagt die ganzen Wirtshäuser in Himmelsrand abklappern. Genauer gesagt den Bienenstich, den windigen Gipfel, die Kerzenscheinhalde, den zwinkernden Skewer, die beflaggte Meere und dabei geht es darum Wachen zu rekrutieren, weil die wollen unabhängig bleiben und sich nicht den Kaiserlichen anschließen. So lautet der Plan und wenn ich da durch bin, ja dann bin ich eine Alkoholleiche glaube ich, weil überall wirklich wahrscheinlich Freibier spendiert oder zumindest muss ich die Zungen lockern, damit die auch schön rekrutierwillig bleiben. Ich schlage vor, wir gehen der Reihe nach vor und gehen als erstes zum Bienenstich, der ist in Rifton. Rifton oder Rifton? Ich glaube die Einheimischen sagen Rifton. Die treffen den richtigen Rifton. Aber Ausländer wie ich, ich bin ja aus Weißlauf, wir sagen Rifton. Oh, die Mjoll hat schon wieder in die Rüstung gemacht. Und ihr Wauwau, der Ehren. Rifton, siehst du? Beweis. So, da ist der Bienenstich. Wir können auch hier rein, aber ich gehe da rein. Das bringt Unglück, nicht dem Questmarker zu folgen, sage ich euch. Es kommt immer irgendwas durcheinander. Wenn man nicht das macht, was das Spiel will oder von einem verlangt. Und da sitzt schon einer. Den sollen wir anheuern. Da, der Rispelt. Das ist der Warnandun. Ja, habe ich auch nicht gefragt nach Hilfe. Ich will Warnandun befragen. Halt's Maul da hinten. Ihr seid weit weg von zu Hause, Argonia. Was bringt euch nach Rifton? Kommt mit mir. Ich weiß, ja. Du lispelst gar nicht. Du bist ja selber ein Fisch. Ich suche erfahrene Wachleute. Wie wär's? Was? Wieso? Achso, die Majestatis Pluraris spricht da. Oh, aber ja. Warnandun ist egal, dass ich mit Stil und Stil auch als Stil. Ich präkise jetzt meine Fähigkeiten mit dem großen Schwert. Aber ich kann meinen Bogen, wenn ich es umfahre. Nein. Warnandun hat nicht viel für die magischen Arten, aber kann sich selbst heilen, wenn ich es umfahre. Sehr gut, er kann sich selbst heilen. Selbst ist die Echse. Ich will euch in der Aktion... Wenn ihr es allein nach Helden schafft, werden wir euch eine Chance geben. Das sage ich. Ich will ihn jetzt nicht begleiten. Aha, ja, ja. Ich bin ein fixer Bänkel. Also, er geht jetzt und wenn er ankommt, ist er rekrutiert. Naja, das wird er ja wohl schaffen. So weit ist das nicht. Wollt ihr noch mehr aus mir herauspressen? Pressen, ja. Was gibt ihr ab? Milch, wenn ich euch presse? Oder andere Säfte. Da rumpelt es auch. In jedem Wirtshaus rumpelt es. Das ist der Physikwack. Ich weiß, schau. Oh, scheiße, schau, wie es da rumpelt. Und die ist auch nicht auch gut, auf mich zu sprechen. Da... Da habe ich, glaube ich, ja, irgendwas rausge... Siehst du? Was wollt ihr denn jetzt? Ah, sie mault. Ja, ich habe für die dunkle Bruderschaft ja irgendwas gemacht. Sorry. Vergeben und vergessen. Ich bin jetzt in... Äh... Ja. Ich bin jetzt in anderen Diensten unterwegs. Ich habe noch niemals so durcheinander erlebt. Auf der guten Seite der Macht. Ich stelle dir wirklich an die Nieren. Nieren? Ja. An den Nieren ist nichts auszusetzen. Eher an der Leber. Wir haben gar nichts gesoffen. Ist mir aufgefallen. Aber im windigen Gipfel. Da gibt es jetzt sicher frei Bier. Ja, ist in Dämmerstern. Aha. Bin ich da schon Tane? Muss ich mal beim Jarl vorbeischauen. Wie erfährt man... Oder wo sieht man, dass man Tane ist? Ah, mein Pferd ist auch da. Schon vermisst. Oh, das ist ein Klimawechsel. Das ist nicht gut für meine... Ihr wisst schon. Für meinen kleinen Erzmagier. Ist das nicht gut? Gifogi! Ja, das sieht man. Ich hoffe, du bist nicht überall so schwarz wie im Gesicht. Hier haben doppelt so viele Bergmänner gearbeitet, bevor der ganze Ärger anfing. Doppelt so viele? Was ist jetzt passiert? Alle... Rot? Scheiße. Dann herrscht hier Männerknappheit im Grunde. Also das wäre die ideale Stadt für mich. Sitze ich wie der Hahn im Korb. Da ist der Hahn im Korb. Und die Eier. Mal sehen, wie viele Eier da sind. Eins nur. Oh, da müsst ihr euch mehr anstrengen. Hühner. So geht das nicht. Das sind Keusche-Hühner. Also rein zum windigen Gipfel. Da draußen ist es zu windig. Und meine Erzmagieroba ist zu... Duftdurchlässig. Schaut mal. Ah, sie geht bis runter. Ups, dein Krug ist aus der Hand geflutscht. Und dein Eidala-Käse. Sehr gut. Das ist meine Lieblingssorte. Im windigen Gipfel gibt es den besten Waden von ganz Dämmerstern. Waden? Was? Besten Maden? Oh. Oh. Die besten Maden aber, hat sie gesagt. Ist gut. Was? Überall Shepard. Das ist furchtbar. Äh, Sorian, könntet ihr euch umdrehen, wenn ich mit euch spreche? Seid ihr wegen der Arbeit in Helden hier? Ah, yes. Wir haben gesagt, jemand würde uns hier treffen. Ich denke, das wäre ihr. Mh. Ein geringerer. Was habt ihr für Qualifikationen? Raus damit. Schleiche, Schnelligkeit. Origami, wer, was? Ihr seid weit weg von zu Hause, Rotwardone. Der auch. Der Agone, er war auch weit. Was führt euch nach Himmelsrand? Was führen sie? Punk. Schaut er die Frisur an. Die Geschichte hat sich bereits ausgelöst. Wir haben uns hier in Skyrim für ein paar Zeit gehalten. Ich versuche, Sie finden nicht zwei Kräuter, die für Ihr Arbeit verwendet werden, als wir. Ja, ich bräuchte aber zwei. Ihr seid nur einer. So, da mache ich dasselbe wie mit dem Agonia. Wenn ihr es allein nach... Weil ich... Naja, ich fürchte, wenn ich das hier sage, dann will er mit mir einen Faustkampf machen oder irgendwas. Und ihr wisst ja, ich bin nicht gut mit den Fäusten. Also schon, aber nicht so, wie ihr denkt. Oh, wie ein Test? Und wenn wir es da machen, dann passen wir. Wie? Sehr clever. Ach so, die sind zu zweit. Ui, ja, die sind Synchron-Aufsteher. Die Origami. Ah, das ist die Origami. Sprich. Die redet nicht. Sie ist beschäftigt. Mit Heimgehen. Aber sie hat einen schönen Brügel in der Hand... Ähm, Gürtel. Einen Ebenerz-Breml. Oder so. So, jetzt reicht es mir, aber ich will ein Freibier für meine Arbeit. Her damit. Torring. Wo drehst du denn deinen Torring? Bodenring. Äh. Habt ihr Gerüchte gehört? Die schwarze Tür? Was ist mit der weißen? Schon so schmutzig. Sie ist schwarz geworden. Ich will jetzt Bier. Nein, den Durst. Essen. Altowein. Ah, Nordmeet. Her damit. Schwarzdornmeet. Alles. Sehr gut. Boah, das war teuer. Heilige Scheiße. Tomaten kannst du behalten. Das ist zu gesund. Bis dann. So, das wird jetzt gesoffen. Wir setzen uns hin. Ah. Freue mich schon. Auf ein kühles Blondes. Das will ich in der Außenperspektive machen. Na ja. Na ja. Perspektive ist schlecht. Aber. Wir können trotzdem saufen. Als erstes gibt es den Nordmeet. Ah. Nordmeet. Und dann gleich den Schwarzdornmeet. So. Und die Nierenwurz wird auch abgebissen. Er sitzt noch. Er ist nicht unter den Tisch. Aber naja, man sieht nicht unter der Maske seinen Schlafzimmerblick. Halt. Ui. Ui. Scheiße. Ich hab. Ich hab gedrückt. Ich ergebe mich. Nein. Was macht er jetzt? Damit kommt ihr nicht davon. Oh shit. Er hat. Es tut mir leid, wenn mein Vater etwas abwesend scheint. Nein. Er war nicht abwesend. Er hat gemerkt, dass ich irrtümlich diesen Becher eingesteckt habe. Oh Gott. Und er hat ihn mir wieder weggenommen. Er hat mich nicht umgebracht wegen des Bechers. Das kann schon passieren in Skyrim. Im Himmelsrand. Da wird man wegen einem Holzkrug ermordet, wenn man ihn mitgehen lässt. Ich hab ihn ja gar nicht mitgenommen. Ich meine, ich hab ihn eingesteckt. Irrtümlich. Was machst du denn da? Im windigen Gipfel gibt es den Westenbaden von ganz Dämmerstern. Nämlich. Westen. Baden. Baden heißt das. Ja, bück dich. Was kann ich für... Immer auf und nieder. Heb den Eidauer Käse auf. Wir gehen. Wir sind stockbesoffen. Kann nicht mehr gerade gehen. Wirklich. Ui. Und sie zückt den... Flammenstiel. Ich glaub, da bin ich schon Tane. Ja, ich kann mich erinnern. Und da bin ich rein und hab mich zum Tane schlagen lassen. Gut. Wir haben gesoffen. Jetzt geht es in die Kerzenscheinhalle. Um zu beichten. Nein. Moment. Windelhelm. Da müssen wir hin. Nicht in den Palast. Da ist die Liebliche, glaube ich, im Palast. Wie heißt sie schnell? Ich hab's vergessen. Ich glaub, sie ist lieblich. Und da ist schon der... Die Kerzenscheinhalle. Haus Kerzenschein. Das klingt wie ein Etablissement. Aber ich weiß, da ist niemand. Da ist nur dieser komische Bücherfritz. Ich heiße nie jetzt. Solgasson. Fliegt mit den Gänsen davon. Der Einsamsturm. Und der Leondelli. Das ist ja klar. Endlich mein jemand, der nützlich ist. Ja, nützlich. Genau. Für den hab ich einen Quest erledigt. Irgendeinen Bruch hab ich vorbeigebracht. Und hier ist der Herd. Oh. Männer an den Herd. Wir suchen nach erfahrenen Wachen. Seid ihr wegen des Aushangs hier? Ja. Des Auswurfs. Eher. Naja, recht. Kampf erprobt schaut auch nicht aus. Ist nicht gerade eine begeisterte Einstellung. Wo liegt das Problem? Oh. Naja, da brauchst du halt eine Leiter, wenn du so klein bist. Man muss sich selbst helfen. Naja, das ist das Ganze, die Abschminken. Das Vorgartenzwerg ist doch kein Nordkämpfer. Mindestens 1,90 muss man sein. Doch, muss man. Robian muss man sein. Es gibt viele Arten zu kämpfen. Naja, ich sag's ihm halt, damit er sich nicht gleich selbst aufhängt. Wir brauchen ihn vielleicht noch zum... zum Schwertschleifen oder irgendwas. Wird er schon zusammenbringen. Folgt mir nach Helden. Nein, reist selber. Korst wird euch aufnehmen. Clever, genau. Das höre ich heute schon oft. Bald glaube ich selber, dass ich clever bin. Und da geht er auch schon. Mal sehen, ob die anderen schon angekommen sind. Siehen wir das irgendwo? Ich gehe mal ein Stück nach. Ach, das ist aber echt ein trauriges Lokal. Schau, da sitzt einer. Gut euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Was? Ich weiß nicht, was ich für den schon mal gemacht habe. Es muss irgendwas Positives gewesen sein. Ja, geh. Ja, wer macht denn den Umweg? Ich weiß überhaupt, wo er hin muss. Das ist die Frage. So, der Zwinken des Käfers ist auch noch offen. In Einsamkeit ist der. Gut, dass wir das alles schon entdeckt haben. Beziehungsweise wir haben 99% entdeckt. Aber ich meine, halten wir. Mit einem neuen Charakter wäre das ein bisschen mühsamer. Aber da muss man das alles erst ablaufen. Mögen die Göttlichen euch sehen. Mögen, ja. Dem habe ich, glaube ich, einen Helm gebracht oder sowas. Den er da nie aufgesetzt hat. So, da sitzt er. Eine Katze diesmal. Ein Kajit. Der Joto. Wir suchen nach erfahrenen Wachen. Seid ihr ja wegen des Auswurfs hier? Seid ihr aus Japan? Ich bin nicht eure Beute, Katzenmann. Oh. Das ist aber schlau. Welcher Hunter? Hunter Hearst Helmsley oder wer? Also, wenn ihr wegen der Arbeit hier seid, was habt ihr zu bieten? Die können alle nur bohenschießen. Kann niemand was Gescheites? Nein, nicht als zu Labern anfangen. Oh. Schau, wie sie grinst. Risotto, Joto. Warum segelt ihr nicht? Aha. Schau, sie hat sich schon in mich gesetzt. Die Pussy oder sie. Wen soll ich anheuern? Ich meine... Ungekehrt. Euren Hund? Okay. Der wird ja in den Schwanz beißen. Ihr habt also euer letztes Schiff verlassen. Also Katzen und See, das ist das Meer. Das geht nicht. Katzen sind Wasserscheu, oder? Sag ich das. Ah, sehr gut. Gut. Auf nach Helgen. Also wenn das ein Test sein soll, dass sie nach Helgen kommen, dann weiß ich nicht. Die, du hast Taugen. Ich wünsche mir... Genau, unser Lied, spiel es. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Das war unser Hochzeitslied. Oh, und dann kommt das alles geflogen. Scheiße, scheiße, schau. Dein alterer Käse. Oi. Fuck. Schnell raus hier. Oi. Hilfe. Raus. Ich kann nicht mehr raus. Oh, shit, schau. Ich kann... Ich bin eingeschlossen. Ich krieg den Macker nicht. Oh, fuck. Jetzt. Gottes Willen. Das war was. Die hätten mich umgebracht, die Töpfe. Beinahe. Das wäre kein guter... Keine gute Nachrede für meinen Ruf gewesen. Ich habe alles überstanden, aber... gestorben dann durch... ein paar Münzen für einen Wetteranen. Schau, was das für ein schönes Bild ergibt. Oi. Schau mal. Nein, nicht so. Neben den Busch. Also nicht neben ihren Busch, neben den Busch. Ah, ich will sie auch im Bild haben. Ah, das ist scheiße. Sicher den einen oder anderen Septimus. Ich will... Ich will beide im Bild haben. So. So wird ein Schuh draus. Genau. Ah, sie schaut ein bisschen streng. Gut, egal. Wir machen die letzte... Station in der beflaggten Meere. Die ist in Weislauf. In Weislauf. Da waren wir schon öfter. Unsere Heimatstadt. Da ist ein Wirtshaus. Und da drüben ist eins. Es ist doch nicht wahr, was man über euch und die dunkle Bruderschaft sagt. Hm? Wieso euch und die dunkle Bruderschaft? Das sollte doch keiner wissen. Briecht sich schon herum? Oder war das... War eine Fangfrage. Wenn ich jetzt antworte, dann weiß er's. Er hat nur im Dunkeln gestochert. So, schnell raus dann wieder. Kindrig ist es diesmal. Und der Apfelkuchen hat schon den Dreh. Schau. Wir suchen nach erfahrenen Wachen. Seid ihr wegen des Auswurfs hier? Es geht gleich los. Gleich fliegt der Apfelkuchen. Was habt ihr für Qualifikationen? Schnell! Bevor's losgeht. Ja, endlich einer, der mit der Klinge umzugehen versteht. Ist nicht viel, was? Wieso? Reicht doch. Oh, er fürchtet sich vor Schlammkrabben. Er fürchtet sich vor Schlammkrabben. Gottes Willen. Ja, ihr könntet meine Rüstung putzen. Naja, wo soll er das Selbstvertrauen hernehmen? Na, immerhin. Wie bei Vicky und die starken Männer. Ja, wie soll ich nicht enttäuscht sein, wenn ihr mir solche Sachen sagt? Ja, wenn ihr es schafft. Bei dem habe ich... Bei dem habe ich nicht so viel Vertrauen, dass er lebend ankommt. Vielleicht begegnet ihm keine Schlammgrabe. Ich habe alle Kreaturen, äh, Rekruten. Gut, dann zurück. Schnell. Bevor's losgeht, auch hier draußen. Ne, hier draußen ist immer alles in Ordnung. Da fliegt kein Ziegenkäse oder was. Nix. Hier draußen ist alles in Ordnung. Ist immer nur in den Räumen, weil da schießt die Framerate nach oben und dann kommt die Physik durcheinander. Ich habe V-Sync eingeschaltet, aber das Aufnahmeprogramm in dem Fall... Video Shadowplay schaltet es wieder aus. Direct X-Ray schaltet es ein, aber das Problem bei Direct X-Ray ist, dass es nicht mehr so gut funktioniert wie früher. Weiß auch nicht wieso. Ist er das schon? Ne, das war ja Angwungwung oder was? Das sind nicht die, die ich angehört habe. Ich spreche mal mit ihm. Was dann? Was riecht er dann? Ja, ich glaube, dass sie alle in der Karte warten. Was ist an mir? Stink ich? Aber bevor wir sie anreißen, muss ich euch etwas fragen. Was denn? Sind sie noch nicht angekommen? Du hast mein Leben von dieser schrecklichen Präsenz. Und ich value deine Opinion an ihren Schäden. Ja. Ich war gefragt, ob ihr mich mit der Evaluierung dieser neuen Rekruten zu helfen würdet. Evaluierung? Ja, soll ich auch machen? Ich werde die Weiblichen evaluieren und du die Männlichen, okay? Ja, die Säne ist eh dabei. Oh, jetzt muss ich die Säne entlassen. Scheiße, jetzt muss ich irgendeinen von den... Einen von den Schwuchteln da mitnehmen. Ai, ai, ai. Ich nehme die Origami mit. Okay. Folgt Korst. Okay. So geht's lang. Ah, er läuft sehr gut. Ich dachte, er geht jetzt im Schritttempo. The Companions are a fine group of fighters. You will do them well, friend. Hallo. Hello. Hallo, hella. Recruits! Front, center, formal line right here. Ja, halb acht. Halb neun. Uiuiui. A Cadman, a Bune in Nord, and a woman. A woman. Was ist mit ihm? Wer ist denn er? Habe ich den auch an? Was soll? Oh. Das kommt nicht gut. Dein Dialekt gebietet nicht gerade Ehrfurcht. Was ist mit ihm? Das ist der mit dem Pfeil im Knie. Von dem kommt das. Well, you'll be adventuring soon enough, with our friend here. Each one of you will be going into the field to look for strengths and weaknesses in your combat skills. It will not be easy. It will be hard. Hard. But maybe with proper training, you might just become skilled enough to have a home. Arnold. Now then, you each have you assigned duties and training to resume, so get to work. Now, soldiers! Au! So, 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 so. Wow. Die sind ganz schön gehorsam. Führt jede der neuen Wachen zur Ausbildung nach draußen? Wow. Jede. Wahnsinn. Ich dachte, es genügt, wenn ich mit einem mache. Oh Gott. Rede mit Korst, um zu beginnen. Oh, die trainieren eh von allein. Schau, da brauche ich gar nichts machen. Und die Senna kann hoffentlich mitkommen. Sonst muss ich hier wieder alles abnehmen. Das freut mich nicht. Naja. Ja gut. Ich würde vorschlagen, wir machen das in der nächsten Folge. Also, bis dann. Tschüss.